Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS19 Cineplayer Projekt hier auf der Schönefelsgrundweb. Ich habe in der Zwischenzeit hier das Feld Nr. 20 fertig gedroschen und den Drescher auf Feld Nr. 19 angesetzt. Und die Ballenpresse ist auch schon im Einsatz. Habe ich dabei abgestellt, weil die Ballenpresse viel schneller ist als wie der Drescher. Und jetzt gehe ich den Weizen ins Lager kippen und ja. Oh, da. Ah, 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 ah. Deswegen glaube ich, war das keine gute Idee, zuerst die Beimträse anzuschmeißen, bevor der Drescher fertig ist. Wopala, sorry! So, dann tun wir den hier einstellen wieder, oder? So, dann tun wir den hier einstellen. So, dann? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dann war Mihilin, Pele Pakmitas, dann Mihilin, die ja. Mit Top Lights ist neu dazugekommen, und dann 1800 Tuning, und so gehts weiter. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich auf der Map bleiben soll, oder ob ich eine andere Map suchen soll. Schreibt mal das Video in die Kommentare. So, dann Helfer rein und weiter geht. Geh weiter, Summerlin. So, dann den Anhänger voll machen mit den Beinen, und dann verkaufen. Gibt's einen besten Preis für... Gibt's einen Okay, da manchmal keine Fallen. Baut ich eigentlich gleich einen Kurs auf. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.